So, und schon geht's weiter nach Brisbane. Yay, 13 Stunden Flug vor uns. Ja, wenn sicher, super. Aber es sind ziemlich viele Leute da, vielleicht haben wir ein bisschen mehr Platz im Flugzeug, wäre ganz geil. Dann können wir uns am Fensterplatz schnappen. Mal schauen. Inzwischen 25 Stunden fast unterwegs. Wahnsinn. Gleich gesessen. Gleich gesessen. Gleich gesessen. Immer wieder zur Neuesten, wie auch immer. Gleich gibt's Essen. Und was cool ist, es gibt hier im Flieger WLAN kostenlos. 10 MB zwar nur, aber es gibt 10 MB. Ja, keine Ahnung, das wäre nicht unbedingt gescheit, aber es geht. So, endlich in Brisbane angekommen. Welcome to Brisbane. Wir haben jetzt mit unserer Organisation auch gleich so mehr oder weniger eingecheckt. Also wir gehen jetzt gerade zum Shuttlebus, der von unserer Organisation dann direkt zum Hostel geht. Hören wir mal super anders auf. Tja, du stirbst. Genau. Und es ist? Es sind alle ganz schön fertig. Und es regnet. Es regnet, ja. Und es ist warm. Es ist echt schön warm. Viel schöner als in Deutschland. Trotz Regen. Genau. Und wir haben ja jetzt einen 2-Nächten-Postel und mit den ganzen Leuten, die wir schon kennengelernt haben. Jo. Bis dann.